Hallo und herzlich willkommen meine Lieben. Ja, ich begrüße euch heute wieder zum Faktencheck Corona-Lage, in dem wir wie üblich die Tageszahlen von heute ein wenig genauer angucken, mit den Zahlen von letztem Jahr vergleichen. Dasselbe machen wir auch mit dem Divi-Register. Ich schätze einmal die Ansicht, dass ihr den anderen Bereich jetzt hier seht. Wir sind bei einer 7-Tage-Inzidenz von 438,2 angekommen, 46.414 sogenannte Fälle sind gemeldet worden, wir gucken uns die gleich genauer an, wie die sich zusammensetzen, und 357 Verstorbene. Wenn wir das Ganze jetzt hier vergleichen mit letztem Jahr, ich mache das hier mal gerade ein bisschen größer, dann seht ihr das auch ein bisschen besser. Mit dem 26.11.2020 haben wir 22.268 Meldungen gehabt, 389 Verstorbene und eine Inzidenz von 138. Das ist schon ein Unterschied zu dem hier, ne? Könnt ihr mal eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare schreiben. So, wir schauen uns einmal die Meldungen im genaueren an. Da haben wir gestern, Meldedatum 25.11.2021, 44.383 Meldesätze erhalten über positive Testergebnisse und es wurden 174 Erkrankungsbeginne gemeldet. Also, summa summarum knapp 44.600, ja, 44.500, so über, grob, ja. Wir schauen einmal, ne, Entschuldigung, wir sind jetzt ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Wir gucken einmal hier auf die Fälle, Meldungen und Tag und achten mal drauf, was dann aus den 44.500 Meldungen mit dem Nowcast geworden ist. Da sind wir bei 50.751. Nowcast, nochmal der Hinweis an dieser Stelle, das ist die Schätzung des RKIs, der bisher noch nicht eingegangenen Meldungen. Also gehen Sie davon aus, dass nochmal einige nachkommen. Ist ja auch vollkommen legitim so. Also mit Nowcast sind wir bei 50.751 Meldungen von 46.000. Das heißt, der Rest sind Nachmeldungen. So, wir blenden einmal den zuvor gemeldeten Stand aus, ziehen das mal wieder groß und gucken mal, bis wann die Rückmeldung zurückgeht. Bis März letzten Jahres, April, Entschuldigung, bis April letzten Jahres gehen die zurück. 4.4.20 ist hier noch eine Nachmeldung. Da kommen noch ein paar dazu. Also, wenn ich so lange, ich würde, dass ich das wieder einschweißen muss, wenn ich so lange das Medikamentenpöttchen von Frau Meier bei mir im Auto mit rumfahren würde, das würde den größten Ärger geben. Also, naja. Wir gucken einmal ins Divi-Register. Dort haben heute 1.270 Standorte gemeldet. Vor einem Jahr hatten wir noch 1.288 Standorte, die gemeldet haben. Also am 26.11.20. Aktuell sind 4.326 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. Letztes Jahr zu der Zeit 3.826. Also wir sehen hier schon einen Anstieg. 2.217, eine Quote von 51% sind invasiv beharrtet. Letztes Jahr, 2.290, da waren 60%. Letztes Jahr auf ITS verstorben, 153, heute 232. So, wir gucken einmal auf die Betten. Da sehen wir 19.872 belegte Betten. Letztes Jahr 22.128. Also die Auslastung als solche ist eigentlich geringer als letztes Jahr. 2.277 Betten sind aktuell frei. Letztes Jahr waren es 5.575. Die 7-Tage-Notweihreserve ist immer noch unter 9.000 mit 8.913 Betten. Und letztes Jahr waren wir zu dem Zeitpunkt knapp unter den 12.000 mit 11.962 verfügbaren Betten. Also wir sehen weiterhin hier eine Reduktion der Gesamtzahl der Betten. Wir haben eine verhältnismäßig geringere Anzahl an Patienten. Natürlich unter dieser Konstellation eine prozentual höhere Auslastung. Und wir haben auch prozentual im Moment einen höheren Anteil an Intensivpatienten. So, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Ich werde gleich noch ein zweites Video aufnehmen zu dem hübschen Ding hier. Das heißt, das wird auch heute noch im Laufe des Abends veröffentlicht werden. Wahrscheinlich in der Zeit, in der ich in der Konferenz bin. Wo wir, ja, wo ein sehr guter Gedanke hinterhängt. Wo ich gespannt bin, wie viele andere dort mit teilnehmen werden. Das heißt, das wird wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt von mir bemerkt werden, wenn ihr bei den Videos kommentiert. So viel nur an dem Hinweis. Also, es kommt noch ein Video zum wöchentlichen Lagebericht des RKIs. Und, ja, in dem Sinne, könnt ihr mal eure Meinung, eure Ansicht dazu in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, wir gucken nochmal in den wöchentlichen Lagebericht heute rein. Und heute Abend 21 Uhr. Eventuell auch ein bisschen später, je nachdem wie lange das Ganze mit der Konferenz geht, weil ich danach auch ein bisschen Pause brauche. werde ich auch heute Abend nochmal live kommen auf den bekannten drei Portalen YouTube, D-Live und Twitch. Ich hoffe jetzt, dass Twitch mal wieder besser funktioniert. Wenn nicht, muss ich mir echt überlegen, wie ich das mache. Ob ich das vielleicht doch rauskicke. Muss ich mal schauen. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch einen schönen Abend. Und falls ihr das Video morgen erst sehen solltet, natürlich einen schönen Tag, Nachmittag, Abend. Bis zum nächsten. Euer Maik und meine lieben Menschen. Weigert euch, Feinde zu sein. Macht euch die Quellen selbst zugänglich und schaut sie euch auch selbst an. In dem Sinne.